Ja, 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 ja. Ich hoffe, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge mit Bakura und seiner Kuh. Ja, natürlich, in den Online-Mode ist natürlich ein Spiel von GTA Online. Ja, wie auch immer. Bakura, wie siehst du denn eigentlich heute aus? Ja, ich sehe hübsch aus, siehst du doch. Du hast mich so gemacht. Aber ich will meine alte Kleidung wieder haben und meinen alten Styling. Das ist totaler Schrott hier. Das hast du nur für Friedrich gemacht? Äh, ja, ist für seinen blöden Film da. Und ich, äh, muss ihm eine, ähm, ähm, Schauspielerrolle einnehmen. Wie auch immer. Sieht ja richtig schrecklich aus. Ähm, okay. Ja, egal, egal. Ähm, ihr steckt jetzt in diesen Auto ein. Ja, das soll jetzt die auch, Bakura. Du musst hier drüben... Ankommen! Ja, und? Äh, ja, die kommen mit Rangetenwerfen. Ich muss aufpassen. Wo sind die denn? Einer ist tot, glaube ich. Oder? Wo ist der denn? Alle wieder da, oder was? Okay, alle noch da. So, dann los, Bakura. Juhu, ich muss ankommen! Es geht los! Und wen haben wir mit alles dabei? Kev, Zox, Motocross, Resoforie und General Zero. So, die dürfen mit einem Raketenwerfer jetzt schießen und ich muss aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh, und ein Raketenwerfer, schon wieder einer! Nein, schon wieder! Oh, ich hab gewonnen! Ich darf nochmal, so, stopp, stopp, nochmal. So, wer mich zuerst getroffen hat, der darf dann. Darf sich ein Auto aussuchen. Noch nicht, noch nicht, Leute, noch nicht. Ich muss erst nach drüben. Gehe jetzt mal in Ego-Sicht. So, und jetzt komme ich wieder. So, jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr, ihr könnt loslegen. Ich gehe mal lieber in Deckung. Ja, das sollte ich, mein Lieber. Ich hab Angst von diesen Paketen, die da sind. Äh, oder? Kommen sie? Äh, ducken. Ah, kommen sie? Noch nicht. Jetzt? Nee. Jetzt? Oh, da geht's los! Bakura, passt gut auf, ne? Ja, ich pass doch schon auf! Ah, ah, oh, oh! Ausweichen, nein! Wow, wow, wow! Wow, ich hab wieder gewonnen! Ah, 2-0 für mich! Okay, stopp, stopp! Stopp! Ich muss erst nach drüben. Halt, 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 halt! Nicht so voreilig! Kauft euch Munition! Sonst geht gleich wieder so schnell weg! So, es geht los! Ich komme, ich komme, ich komme! Mit 60! 80 kmh! 100! 100? Äh, 20 haben wir auch noch, wetten wir? Äh, mal gucken, ne? Äh, äh, ja, guck mal, gleich! Noch nicht! Äh, sofort! Äh, nee, schaffen wir nicht! Ich muss... Du warst gerade auf 20 und dann bist du totgegangen! Ja, äh, ich bin kaputt! Ja, du bist wirklich kaputt, Bekura! Äh, ja, Merzlo kaputt! So, wer hat mich getroffen denn? Kev war das, ne? Kev, du das, ich gehe zu der... Oh, der Zaun geht kaputt, seit wann geht das denn? Ich dachte, der Zaun geht nicht kaputt! Was ist das denn? Seit wann geht der Zaun kaputt, aber nur hier! Und seit wann ist hier ne Tür? Geh mal weg, pass auf, pass auf! Nicht den Weg stehen! Sonst werdet ihr gleich zerstört! Hä? Wie geht das? Nur hier geht der Zaun kaputt, nur bei der Tür! Ist ja komisch! Seit wann haben wir hier ne Tür reingemacht? Hier war doch noch nie ne Tür! Das war ich mit dem Motorrad! Achso! Lol! Okay, los geht's! Pass auf! Äh, wo ist denn die Bahn? Von wo kommt der denn? Wo steht der denn eigentlich? Ah, stehen schon richtig! Ja, auf der dicke Bahn! So, dann kannst du losfahren! Dann kannst du losfahren! So, schon immer auf die Straße richten! So, mach mal einer links auf die Fahrbahn! Einer Mitte, ich auf der Mitte und einer links auf der Fahrbahn! Aber wir hoffen, wir kriegen das! Irgendjemand muss ihn kriegen, aber schon auf der Fahrbahn bleiben! Er kommt! Ja! Wir haben ja eine volle Wüste! Resofuri da! Oh, aber richtig! 1-0 für uns! Für, äh, von ihnen! Oder so! Ja, das ist kaputt, das Auto! Das war einmal! Boah, der ist wirklich kaputt! Boah, wie der Zaun weit geflogen ist! Okay, bereit! Kev kommt noch! Ja, das Gehirn wegballern von ihm! Mann, der sieht richtig cool aus mit seinen Klamotten! Ja, ich guck mal rein! Mach mal die Augen weg! Nein! So, bist du bereit? Steck aus! So, und dann pass auf! Hä? So, kannst du losfahren! Wir dürfen uns nicht wegballern! Pass auf, ne? Genau, aufpassen, wo er ist! Da müsste er langsam kommen! Oh, da hab ich irgendwas erwischt! Oder? Wurde jemand erwischt? Ne, ne? Ja, 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 ja! Reservorium, ihr will erwischt von General! Du bist dran, General! So, knallt ihn weg! Da kommt schon etwas! Einfach draufpfeffern! Ja, ja! Er wurde erwischt von... Oh, von mir mal! Oh, ich darf mal wieder! So, schnell umbringen! So, jetzt dürft ihr mit lenken! Raketenwerfer! Hä? Nein, ich wollte mich nicht umbringen! So, ich komme! Ich komme! Es geht los! Seid ihr bereit? Mal sehen, ob da was kommt! Oh, mit Scharfschützen? Okay, das geht auch! Alter, da trifft ihr nicht! Habe ich ja gesagt! Nein! Das ist meine Ablenkung! Ah, General Zero! Oje! Okay! So, General! Du bist dran! Letztes Mal! Sind wir schon auf der Fahrbahn? Ready? Ja, ready! Fahr einfach! Ich lade schon eine ganze Zeit nach! Setzschuss noch! Und? Treffe ich ihn? Ja! Wie ich ihn getroffen habe! Okay, das war's von dieser Folge, meine Leute! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Das war's, meine Zuschauer! Schön, dass du eingeschaltet hast! Natürlich kommt jeden Tag eine GTA Online-Folge raus mit Bakura und seiner Crew! Und wenn dir das Video gefallen hat, würde mich das sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst! Und wenn du neu bist auf meinem Kanal und auch gerne dabei sein möchtest, dann schau in der Videobeschreibung! Und schau dir das PSN-Namen und Social Club-Namen-Video an und das Inforegel-Video, wenn man dabei sein möchte! Ja, wenn man das Video nicht anguckt, die beiden Videos, dann kann man auch nicht dabei sein! Dann nehme ich keine Anfragen an! Da ist genau erklärt, was man machen muss! Und so welche Lappen Leute wollen wir auch gar nicht erst haben! Ja, dann habe ich noch ein Video, so kommt man besser in der Lobby rein! Das kannst du ja auch noch anschauen, wenn du nicht weißt, wie man reinkommt! Und dann kannst du auch noch das Bakura-Styling-Video anschauen, wenn wir einen Familienausflug machen mit der Familie! Alle sehen so aus wie Bakura! Ja, und wenn mal jemand gewonnen hat in Minecraft oder in GTA, die Gewinner stehen in der Videobeschreibung! Dann habe ich noch meinen Vlog-Kanal und das 1000-Abonnenten-Spezial! Schau dir das an, da werde ich meinen Lachflash so richtig ausleben! Und mehr Infos gibt es auf Facebook und Twitter! Und auf Facebook bin ich sehr aktiv, da poste ich auch mal andere Dinge oder Sachen! Und auf Twitch sind wir auch noch aktiv und wir haben auch noch GTA 5-Filme von Teil 1, 2, 3 und so weiter! So, und wenn du mal Fragen hast oder Fun-Fragen, was dich so interessiert oder mich überfordern möchtest mit Fun-Fragen, dann kannst du es gerne tun! Dann brauchst du einfach nur Hashtag DeadPictures schreiben und dann deine Fragen untereinander gegliedert! Und ja, das war's sonst von dieser Folge! Danke fürs Einschalten! Bis zum nächsten Mal! Jetzt kannst du abschalten! Ciao, ciao!